haben dich wieder vor uns du bist zwar nützlich aber echt kacke der händler verkauft hier was aus höhe wirst du sehen was ich heute habe angrenzende waffen hier haben wir nichts hier hin öffnet diese wunderschöne kiste bei gebrauch bis zur überhitzung leitet der hier leitet halt die ströme einfach bloß um die hier auch aber ich weiß nicht verwandeln verwandeln habe keine ahnung und ein gegner herr doch ein bisschen mehr als ich dachte jetzt ist auf jeden fall weniger den hier hinten wollen wir aufs kommen nehmen ich weiß nicht was wir gebaut haben aber es funktioniert augenscheinlich motorzauberstab hier brauchen wir mal generell nix vielleicht den ring hier ein bisschen mehr leben 25 block hinzu raumaterial aber auch nicht unbedingt in verfahrung so du kriegst aufs maul du ich lösche dich und deine familie aus bis zum geht nicht mehr Autostart an ich organisiere dein Inventa... Autostart haben sie falsch übersetzt Verstatten... Verstatten... Ich bin schön durchgekommen... kann in jedem Kampf einmal benutzt werden... erstellt eine Rakete dieser Spalte... und grenzende Zahnräder werden gedreht... wäre eigentlich an und für sich... nur ein Block insgesamt weniger wenn wir es hier hin machen... aber dafür... das kannst du... hoffen wir in dieser Reihe erhalten... Plus zwei Schaden... Reihe ist oben nach unten... Ne Spalte ist das... Reihe ist so... Ja... auch mal so... Ne du hattest nichts... weiter... Ich brauche kurz was zu trinken... tiefe Höhle Finale... Oh... Starten... Äh... So... Werte ich... Nein... Will ich nicht... Jetzt aber 41... Peace... Ich muss trotzdem noch auf Zugbänden gehen... Schade... Hätte ja klappen können... Zehn Vergiftung... Juhu... Wir haben hier... Wenn sie 5 oder weniger Schaden nehmen würden... Reduziert es auf 1... Immer wenn ein Status Effekt entfernt wird... Nö... Willig... Bombe... Äh... Lass mal gucken wo ich dich hinpacke... Ah... Du gehst wieder weg... Ne... Dich wollen wir da schön behalten... Da warst du schon... Hier warst du noch... So rum... Ring weg... Der hat der Ring den... Ja... Er hat... Aber Schaden reduzieren auf einen... Wäre genial... Du... Parcel... Ich will noch helfen... Äh... Du... Mikrochip... Weg... Reorganisierer nicht... Du... Weg... Ja... Das war's eigentlich... Haben wir das Schweinchen noch... Gutes oder Dings finde... Verstärker... Bei Gebrauch bis zur Überhitzung... Fügt eine Energie hinzu... Also... Testen... Drei gehen los... Vier Energie haben wir... Das heißt... Wird doppelt... Mehrfach aktiviert... Nice... Ähm... Das heißt... Wir könnten theoretisch... Das hier noch mit einsetzen... Fünf extra Lebenspunkte... Und... Ins gefrorene Herz... Ab... Können wir das schaffen... Hoffe es... Hallöchen... Wir haben Sachen für dich gefunden... Äh... Ring... Äh... Naja... Ja... Du hast Sachen gefunden... Kann man so sagen... Dann... Go... Bier... Hier... Das Schweinchen kriegt... War ein bisschen... Stark Strom ab... Ja... Wohooo... Gewonnen... Soll man hier, jedem Zug einmal benutzt werden, verursacht 10 Schalten, wenn in dieser Seite ein Item verwendet, kann nochmal verwendet werden. Da kannst du hin, das heißt wir könnten dich so dicht dahin. Ganz egal, was wir machen, das ist so halt wieder als Ende der Reihe, pass mal. Ja, weiter. Hey, Gegner. Okay, jetzt sind wir relativ gut dabei. Neues Level, juhu, endlich, da, nee. Hier, auch nee. So, du darfst am wenigsten verlieren, ja. Hier, ich, Items erhalten. Du gehst erstmal dahin, du gehst wieder dahin. Die, ich, Items. Die, ich, Items. Ja, ja. Die, ich, Items. Die, ich, Items. aber ein schlüssel zu haben wir noch ein schlüssel und noch ein schlüssel womit geschleppt natürlich haben wir keinen schlüssel er geht ist die mit wertsachen ladung in dieser spalte werden ein zelt wenn er herangezogen was bist du musste beim gebrauch bis zur überhitzung fügt eine energie hinzu umleitung nimmt dich mal mit ich weiß nicht wir könnten das so machen testen ja ok schmied schmied handwerker brand zu einer waffe hinzufügen du hat gar nicht lange gefackelt brand zu einer waffe hinzufügen du hast gift du hast gift du hast ein bonk ich kann ich nicht was hast du noch block zu einem schild stacheln zu einem schild energie zu einer kleidung haben wir kleidung wir haben keine hier sind ein nackter roboter hier sind ein nackter roboter du brand dann noch du brand hat kann ich verbessert werden du nicht genug gold 15 progen das kriegt man doch bestimmt ein ganz händler händler was könnten wir die verkaufen was bisschen gold wert ist hier der glücks ring da hier ist ein schul äh rüstung haben wir gut wir können nie genug rüstung haben wird mir leid ich musste die rüstung kaufen aber wir haben doch bestimmt hier was du bist eine verschlossene truhe du bist der pedo tausche ein item gegen ein item gleich der größe nö die blubber hexe schlüssel hat man nicht nö 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 65 So, der nächste darf sterben Zu binden, yay Juhu, Items halten Ein Helm und ein goldenes Deckerchen Da war er schon überall da Er zeugt ein Segen, wenn es killt Ist ja egal, es geht einem nicht bloß um den Schaden Ein neues Helmchen Ich kann mich eigentlich so hinpacken Da oben warst du noch nicht Achso, doch, warst du schon Da warst du auch schon Das heißt, wir könnten Das so machen Den so rumsetzen Und das Hütchen noch mitnehmen Verschlossen Oh, Leer Geh, Wurz Die beiden bleiben erstmal ruhig So, tot Feuer frei Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was hier gebaut hat Aber das Schöne ist, es funktioniert Doch die stärksten Gegner sind irgendwie Und recht easy zu überwinden Da war ich jetzt schon Das heißt, du dahin Hast du allerdings deaktiviert Frage aber nicht, wenn du deaktiviert bist Dich so hinlegen Dich so hinlegen So Das ist ja theoretisch immer noch funktionieren Gegner Die X Ja Du kriegst gerne volles Pfund aufs Maul So Weiter geht's Der ist auch schon mittlerweile weg Erhaltens erhalten Kondensator Projektil Bei maximaler Hitze Alle Gegnern 8 Schaden zu Dazu bräuchten wir allerdings Einen perfekten Kreislauf Und den hinzubekommen Ist schlecht Ist schwer Bis dahin Haben wir noch irgendwo den Herzring? Ja, den da Da tauschen wir mal aus Mit Da Durch, dass wir eh nicht mehr zu dem kommen So Zubbinden Äh Start Schauen wir den Ist doch Juhu Äh Noch ein Kondensator Jeder Kampf erzeugt ein Segen Wir müssen echt langsam mal zum Ende kommen Wir gehen langsam die Optionen aus Handwerker Schaden Brandzeinerwaffe Wusst Haben wir noch um Was, was wir schmieden können Hier nicht Da nicht Ich könnte noch einmal schmieden Hopp Regeneration zu einem Ring Nehmen auch Rüstung leitfähig machen Brandzeinerwaffe Wir haben kein Gold mehr Fertig Guck jetzt mir auf den Sack Äh Die sind ja mal jetzt Richtig Ätzend Neun Schaden Nehmen wir Zehn Schaden Nehmen wir So Weiter geht's Weiter Tod Okay Tod Also der Zart Der Dings Run Ist bestimmt richtig genial Alle verbundenen Wären Was tut denn Scharfer Rotator Komponente Beim Gebrauch Bis zur Überhitzung Verursacht Drei Schaden Leitet Sämtliche Ströme Um Also auf gut Deutsch Mach ich so Leitet der Strom Um Und Macht Schaden Warum nicht Hier haben wir noch Weiß nicht was mit dir ist Hä Hat gerade alles hier gewackelt Das erste mal reingezogen hab Da waren wir schon Da waren wir schon Da waren wir schon Äh Schweinchenplatz Haben wir schon Welchen Platz hatte ich noch nicht Die da unten Das so machen Durch so Schweinchen dahin Ach dieses Kette brauchen wir nicht Was haben wir hier Erzeugt noch einmal eine Energie Wenn ein Schild in Nähe benutzt wird Ui So Bis dahin Gehen hier hin Bis dahin Erneut ein Hachi 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 Äh Das Dölchlein Kannst ja theoretisch wieder so rum Du Hier hin So Ja hier hin Scheißen wir auf die Regeneration Oder scheißen wir auf Nicht viel Schaden Wir scheißen auf die Regeneration Also hier geht's los Geht hier testen Geht durch Ja Erzeugt Energie Erzeugt Energie Passiert aber nicht Nur einmal Energie Besteht Ach die kann ich eh Alle plus einmal benutzen Heißt einmal hier wieder hin Einmal hier hin Was ist so Könnte man theoretisch noch irgendwas mit reinbauen Ein angrenzendes Schild Das sind alles Single-Use Waffen Außer das hier hinten und der Club Aber der Club braucht zwei beim zweiten Mal Hier macht er nochmal Schaden Verursacht Schaden Geht dann hier durch Da wird der nochmal aktiviert Nicht schlecht ist Mal testen Aktiviert Ja Vielleicht findet man ja noch was lustigeres Achtendachzig Rüstung Nehmen die elf Schaden So Das war's Items erhalten Noch ein Schwut Auto-Umschalter Wenn genutzt Weitere Ströme um Entschuldigung Und dich einmal ganz kurz hier hinten parken Im Gebrauch bis zum angrenzenden Waffen Ach nee Wir sind eigentlich jetzt schon recht gut dran Ein Händler Hier Was machst du Ursacht zwei Schaden Wir haben auch nirgendwo mehr Platz Wir haben hier noch ein Zahnrad Und bloß mehr Schutz Und dich da hin Wir machen dich hier hin Dich hier hin Hier drei Stachel hin Soja Können wir so machen Das Schweinchen raus So Können wir mir jetzt sagen Was ich gerade für den Müll gemacht hat So Ja Du kommst noch her Du kannst mich nicht schrecken Hey hey 2G Warum Megaboo Nein Nein Ich bin keine Robot Kitty Ich bin eine Robot Maus Natürlich kann ich dich nicht erschrecken Wie soll ich dich denn erschrecken können Ich bin eine Computermaus Leitet Strom ganz normal um So Fertig Auf zum Boss Das müsste jetzt der Endboss sein Damit könnte ich jetzt noch einen normalen Purse Run machen Falls ich das hier überlebe Ach auch noch der Ja Ich bin eine Beziehung Ich bin eine Also vor Damage brauchen wir uns jetzt erstmal nicht fürchten, allerdings vor diesen Stromschlägen. Oh Gott. Da rein, aber wieviel verursachst du? 13. Den nächsten, aber guck mal, ob er den irgendwie... 42! Der schaltet uns ein bisschen Damage weg. Macht er nicht. So. Zwei Runden brauchen wir bloß noch durchhalten. Hoffe ich, dass es zwei Runden sind, vielleicht sogar weniger. Ha! Neues Level! Ähm... Da kann man nichts, da kann man nichts. Äh... Halt, ich mach mal das hier oben hin. Bup! Wittich! Hatte es zu sein? Ja, ich weiß. Äh... Die Eieruhr Waffen gehalten. Ja... Ist eh scheißegal! Wir haben es geschafft mit dem Robo bis nach ganz unten zu kommen. Das ist gut! Wir haben noch... Verzieher mir ein bisschen. Die Blub-Mission abgeschlossen. Das Pfadfindungsalgorithmus hat die Komplettierung abgeschlossen. Ich kann jetzt biologische Organismen in den Tiefen des Dungeons treffen. Ruf mich an, wenn du computerische Hilfe brauchst. Call me, Baby! So. Borschung. Rathaus. Hier. Irgendwas. Nö. Hier irgendwas. Ah, Edelstein. Nur der richtige, den wir brauchten. Der richtige, den wir brauchten. Sumpf-Buckler. Fügt Block hinzu in Höhe von 100% des aktuellen Giftes. Entfernt 100% des Giftes. Uh. Okay. Ein Buff-Debuffer. So, hier haben wir nichts. Hier haben wir nichts. Auch hier sind wir durch. Da waren wir gerade. Nix. Auch nichts. Da waren wir auch schon. Nichts. Nichts. Alles fertig. Da kommen wir auch noch nicht hin. Äh. Wenn wir hier lang rennen, können wir hier oben die hier. Das sind alle. Sobereite Herausforderung des Herzens. Blastachel. Das sind alle. Erreich die Tiefen und öffne die Tür ins Chaos. Das sind alle. alle Bebenen zu erreichen. Der Dungeon dehnt sich immer weiter nach unten aus. Wir müssen die Quelle von diesem Chaos finden, bevor es sich weiter ausbreitet. Meine Zeit ist jetzt vorbei. Jetzt seid ihr dran. Ich glaube an euch, alle. Besonders an dich, Purs. Erreiche die tiefsten Tiefen. Heile diese Welt. Du kannst uns alle retten. Ich habe Angst, mit dir zu reden. Ich sehe nichts. Ich glaube, ich muss erst mal alles verkaufen. Ich werde es verkaufen. Und bevor wir das lesen...